Die Außenseiter machten am Ende der diesjährigen Art Cruel-Auktion in Paris im Rahmen der Retromobil mehr von sich reden als die heiß angekündigten Highlights der Auktion. Diese blieben eher unter den Erwartungen. Der Dino Berlinetta Speziale Prototyp, bei dem der Schätzwert zwischen 4 und 8 Millionen Euro gelegen hatte, wurde für 4,4 Millionen Euro verkauft und war damit der Rekordträger für den höchsten Preis in der Auktion. Bei dem angebotenen Ferrari 166 Spyder Corsa fiel der Hammer bei gerade einmal 2,9 Millionen Euro. Der Lamborghini Miura SV von 1972 wurde für 2,3 Millionen Euro verkauft. Auch der Mercedes 300 SL hatte nur knapp die 1-Millionen-Euro-Marke überschritten. Die Außenseiter, die den großen Hoffnungsträgern die Show stahlen, waren Brot- und Butterautos. Ein Citroën 2 CV Dolly von 1990 erreichte ganze 42.912 Euro. Eine Citroën 2 CV Inter von 1955 wurde für 53.640 Euro verkauft. Ein Renault 4 CV Sport von 1955 erreichte stolze 17.880 Euro und war damit immer noch das günstigste Fahrzeug der gesamten Auktion. Der hellblaue Volkswagen T1 21 Fenster Bulli-Bus wechselte für 97.744 Euro den Besitzer. Für den Citroën BX4 TC fiel der Hammer bei 76.557 Euro. Auch dieses Jahr gab es bei Arturial wieder Scheunfunde zu ersteigern. Das Citroën DS 19 Cabriolet erreichte tatsächlich ein Höchstgebot von 101.320 Euro. Betrachtet man dagegen das Gebot für den Citroën DS Concorde mit einer Karosserie von Chambran, der für 157.344 Euro versteigert wurde, erkennt man einen deutlichen Wertsteigerungstrend bei unrestaurierten und originalen Fahrzeugen. So auch bei dem Delahaye 235 mit Chambran-Karosserie, der für 84.440 Euro den Besitzer wechselte. Ein Highlight der diesjährigen Arturial-Auktion während der Retromobil war die Sammlung von Herve Eugleisto. Dazu gehörte auch ein BB Bugatti Kinderfahrzeug, das Ettore Bugatti seinem fünfjährigen Sohn gebaut hatte. Das Höchstgebot lag hier bei 92.976 Euro. Der Talbolago T-150C blieb mit 1.610.550 Euro unter den Erwartungen. Dagegen erreichte der Bugatti Typ 57 mit 2.331.200 Euro fast das Doppelte des Estimates. Gespannt warteten alle auf die Resultate für die beiden Fahrzeuge aus der Johnny-Halliday-Sammlung. Ein Cadillac Series 62 Cabriolet mit einem Boyd Coddington Custom Umbau und eine Harley Davidson. Der Cadillac erhielt bei 270.000 Euro den Zuschlag. Die Harley Davidson bei 280.000 Euro. Und hier waren sie dann endlich, die Rekordergebnisse. Denn die Harley hatte ein Estimate von 20.000 Euro, der Cadillac ein Estimate von 50.000 Euro. Die Umsätze kamen einem guten Zweck zugute.